Ja, das geht doch. Und das geht doch auch ganz gut. Schön auf Karpfen mit einer sogar richtig guten Frequenz. Ich hatte gestern schon ein bisschen rumprobiert. Ich habe heute noch ein bisschen rumprobiert. Ich suche gerade einfach Karpfen auf einfach. Also eine schöne, entspannte Futtermische vielleicht rein, die ich noch nicht verwendet habe. Oder einfach eine schön entspannte Köderkombi, womit man ordentlich was rauszieht. Und vernünftig große Karpfen, gerne auch ein paar Amure und im Idealfall einfach in einer guten Frequenz. Also, raus mit den Brocken hier. Schön ein nach dem anderen. Und das hier jetzt gerade am Bärensee mal wieder mit, ja, einer ganz klassischen Bärensee-Kombination. Und zwar mit Johannesbeere. Johannesbeere geht immer wieder ganz gut. Zuletzt hatte ich es probiert mit Johannesbeere und Brombeere in Kombination. Auch an der alten Festung zum Beispiel auf 2167. Auch das ist ja ein absoluter Klassiker. War allerdings nicht ganz so erfolgreich wie jetzt gerade hier. Und jetzt hier gerade nach wie vor richtig, richtig gut. Also kann man tatsächlich ganz gut machen. Und einfach mal gucken, was hier so geht. Schön mit Johannes Pop-Up-Rig. Also ganz simpel Pop-Up-Rigs-Montage. Und dann mit Maiskorn. Maiskorn. Und mit Boilies. Anfangs noch ein bisschen größere Boilies verwendet. Und jetzt gerade nochmal runtergegangen auf eine kleinere Größe der Boilies. Und schon geht die Frequenz hoch. So. Na, spannen wir hier nochmal ein bisschen an. Ja, das sieht auch gut aus. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen Luft zum Durchatmen. Also 18 Brocken sind drin. Ja, genau. Anfangs ein bisschen rumprobiert. Verschiedene Größen, verschiedene Köderkombis auch ein bisschen probiert. Und ja, ich würde sagen, jetzt auf einmal hier, guck mal hier, in drei Minuten einfach mal sieben Karpfen in Folge. Beziehungsweise sieben Fische. Hier hat sich gerade noch einer verirrt. Ist natürlich mit kleinen, kleinen Boilies natürlich möglich. Also immer die Chance, dass eben auch mal sowas reingeht. Größentechnisch ist es jetzt nicht so der Riesenunterschied zwischen den großen 20er Boilies. Also Pop-up 20 oder auch hier Pop-up 20 zu, naja, diesen hier. Pop-up 15. Also, von daher sind wir doch da nah beieinander von den Größen her. Hier sogar noch gerade ein weißer Amour, Pop-up 15. Also, einfach mit den kleineren Boilies reingehen und dann eben gucken, dass man da vielleicht eine andere Komponente in groß hat. In meinem Fall ist es jetzt gerade der Haken. Also der Haken deutlich größer. Eigentlich war ich auf Amour aus und weniger auf die Karpfen. Aber wenn die halt auch mit reingehen, naja, dann nehme ich sie halt mit, ne. Also, guck mal mal eben hier rein. Das ist eine Kombination, wie gerade eben schon gesagt, eben auf 15er Pop-up Boilies. Wie mit Johannes Beere hier einmal in lila auf dem 3-0er Haken. Und das andere Setup ist mit Johannes Beere in gelb. Pop-up Mais gibt es in zwei Variationen. Also einmal in lila und einmal in gelb. Eine Möglichkeit wäre natürlich hier zwei Routen auf Frequenz zu machen mit den kleinen Boilies. Und die dritte Route einfach in groß. Wenn man dann vielleicht nochmal ein bisschen Action haben will. Und die Chance, möglicherweise vielleicht auf eine Trophy oder so, dann einfach ein Setup hier mit Johannes in groß oder sogar in sehr groß kombinieren. Aber jetzt habe ich gerade, wie gesagt, einfach nur schwarze Johannes Beere 15. Also, das reicht auch an für sich. Und wie gesagt, ich wollte einfach nur ein bisschen Frequenz haben. Und das eben hier mit der schwarzen Johannes Beere dann in gelb als Maiskorn. Das Ganze hier zweimal. Einmal die lilane Maisvariante. Und so läuft es, glaube ich, bisher ganz gut. Also, jetzt 20 Fische. Wie gesagt, der Anfang war ein bisschen zäh, ein bisschen träge. Und so kann man das machen. Eine Futter-Mische dazu machen wir natürlich auch gerne mit rein. Wir bauen mal eben eine zusammen. Nehmen wir mal hier eine Trocken-Mische. Theoretisch, auch an der Stelle, sage ich ja auch immer wieder gerne, wir sind hier auf einem der wichtigen drei Spots. Eins, zwei, drei. Das hier sind die drei Spots, die immer wieder gut funktionieren. Wir sind auf 21 Meter geklippt. Wichtig, diese 20, 21 Meter. Hier befindet sich so eine Muschelbank. Und da ist immer wieder Action. Also, wir werfen quasi über das Grüne hier einfach drüber, über das Schilf. Und dann landen wir ziemlich genau auf dieser Muschelbank. 21 Meter. 21 Meter können wir auch mit Kugeln, mit Futterkugeln werfen. Das heißt, wenn wir gut gegessen haben und richtig viel Energie haben, dann mit maximalem Auswerfen kommen wir so auf ungefähr 20 Meter. Und dann haben wir ein Wirkradius von dem Futter von 2,5 Meter. Das bedeutet also, wir haben dann auch, wenn wir auf 21 Meter sind, mit den Futterkugeln, wenn wir hier voll auswerfen, trotz allem eben noch die Wirkung vom Futter. Und deswegen baue ich jetzt hier einfach mal eine Futtermische zusammen in Kugelform. Und zwar nehmen wir hier einfach mal Mais. Oder wenn man es noch mal mehr fokussieren möchte auf Amure, dann Hanfsamenmehl. Aber in dem Fall nehme ich jetzt einfach mal Mais. Ist so ein bisschen universeller. Und wenn man es ein bisschen mehr vielleicht auf Karpfen fokussieren will, dann könnte man auch Erbsen nehmen oder Weizenkleie. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit. Oder sogar Roggenkleie. Also, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Komponenten. Wie gesagt, Mais ist immer wieder ganz gut. Funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und gerade bei so fruchtigen und süßlichen Sachen nehme ich auch immer gerne Mais. So, dann gucken wir mal eben hier nach Johannes 1 und 2. Da haben wir Johannesbeere 8 und Johannesbeere 5. Dann nehmen wir hier natürlich noch mal die Maisvariante mit rein. Und als Aroma natürlich auch noch hier schwarze Johannesbeere. Black Current müsste das ja sein. Und dann haben wir noch eine Position frei. Und hier könnten wir jetzt natürlich ein bisschen spielen. Man könnte so was wie Amino reinmachen. Ich gucke gerade noch mal nach. Man könnte natürlich auch einen von diesen Boilies einfach schreddern. und hätte dann einfach noch mal eine bessere schwarze Johannisbeermische. Oder man nimmt einfach auch noch mal eine Basis. Wir hatten jetzt ja gerade schon Mais mit drin. Vielleicht gibt es auch noch mal ein bisschen was Fruchtiges. Ja, eine Kombination, die immer wieder ganz gut funktioniert, wäre dann eigentlich noch mal die Preiselbeere. Oder ja, wie gerade schon gesagt, einfach die gehackten Boilies. Ich glaube, ich nehme mal in dem Fall einmal die Preiselbeere noch mit rein. Und dann haben wir hier Jojo auf Amur. Zack, einmal hergestellt und dann raus gleich hier mit der Futtermesche. Zack, jawohl. Und dann gucken wir auch mal direkt. Und da siehst du, hier ist auch schon direkt wieder was dran. Dann gucken wir doch mal eben, was denn darauf noch geht. Hier zuppelt es auch schon wieder los. Also so soll das gerne weitergehen hier. Schön einer nach dem anderen. Zack, wieder raus auf die 21 Meter. Und jetzt mal eben kurz gucken. Das Ganze war die Jojo Futtermesche Amur. Genau, hier ist sie. Mais mit den Pellets, jawohl. Und dann werfen wir das hier über den ersten Busch. Zack, maximal aus auf 21 Meter. Und ich würde sagen, ich werfe jetzt hier nur mal ein bisschen an. Und werfe dann gleich nochmal in den Morgenstunden so gegen 4 Uhr nochmal die Futtermesche rein. Und danach wieder um 16 Uhr und dann wieder um 4 Uhr. Also so alle 12 Stunden immer nochmal so ein paar Futtermesche Bällchen nach. Also so 3, 4 Stück nochmal hinterher werfen. Und dann gucken, wie lang das Ganze denn hier noch so funktioniert. Bis der Spot dann irgendwann leer ist. Und dann geht es weiter zum nächsten Spot. Und dann wird da getestet. Aber bisher, wie gesagt, sieht es ganz gut aus. Also eine Stelle, die man sich einfach mal wieder vornehmen kann. Speziell jetzt eben hier mit Johannes Leder. Sehr schön. Nehme ich natürlich gerne mit. Gerne auch in groß. Ja, einfach auf komplett schwarze Johannesbeere. Und ich würde sagen, einfach mal testen. Wir gucken gerade nochmal eben kurz rein. Wir haben jetzt hier knappe 50 Minuten. Geht noch was? Nö, ich würde sagen, wir haben 1 Uhr. Kurz eben ins Café schauen. So, da ist er schon. Also, mal eben nach Preisen sortieren. Ist der Lederkarpfen mit dabei? Der gerade gefangene? Jo, auf jeden Fall hier in den Top dabei. Ja, und das ist eigentlich mein Ziel. Amure um die 10 Kilo. Das habe ich eigentlich gesucht. Und ja, ich muss weitersuchen. Denn ich suche ein bisschen was, was eben auf Masse geht. Und dann ist, wie gesagt, so ein Amure mit 10 Kilo einfach sehr, sehr nice. Denn der bringt knapp 20 Silber. Und wenn man dann eine Stelle hat, Amure zwischen 5 und 10 Kilo, dann läuft das auch einfach kohlemäßig richtig gut. Gut, hier sind wir jetzt bei 238 Silber. Mit dieser Testphase so ein bisschen. Da war ein bisschen weniger los anfangs in Gänze. Aber doch alles in allem ganz okay. Kann man, glaube ich, ganz gut machen. Und jetzt weißt du ja, wie es auf jeden Fall besser laufen kann, ohne viel zu testen. Also, mit kleinen 15er Boilies. Und ich ziehe jetzt auch noch ein bisschen durch. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat. Daumen da lassen. Kanal abonnieren. Gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020